Wir kommen zur vierten und letzten Übung vom zweiten Tag des ersten Zirkels, Zirkel A. Jetzt geht es auf die ganzen kleinen Muskeln im Rücken. Ganz, ganz wichtige Übung für alle, die viel am Schreibtisch sitzen, eventuell noch den Telefonhörer noch drin haben, ist der Reverse Butterfly. Das Seil wird wieder an der Türklinke festgemacht. Ich nehme wieder meinen Kollegen Nikolai. So, jetzt kommt eine öffnende Bewegung für die Rückseite, die ganzen kleinen Muskeln, die euch im Raum aufrichten. Wieder die stabile Hocke, dass ihr schön drin seid. Und jetzt Handflächen wieder nach innen und jetzt erfolgt eine öffnende Bewegung auf Schulterhöhe. Da geht es hin. Kein Zug, das sind die großen Muskeln, wie Übung Nummer zwei, sondern jetzt kommen die ganzen kleinen Muskeln dran. Stabil gehockt, schön die Kraft aus der Schultergürtelmuskulatur nehmen. Ihr wollt versuchen, eure Schulterblätter hinten schön zusammenzuziehen. Bitte nicht die Kraft aus der Hüfte holen, weil es sieht komisch aus, passiert aber, wenn ihr nicht sauber arbeitet. Zwölf Wiederholungen.